Einen floschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum dritten Türchen des Main-Sucht-Adventskalender und heute zeige ich euch mal wieder die Lösung für das Türchen 3 des Adventskalenders. Und wir gehen schon mal hier zum Weihnachtsmann und drücken auf das dritte nicht geöffnete Türchen und dann landen wir hier auf einer Map und bekommen eine Nachricht im Chat. Wer sind die Owner von Main-Sucht.net? Flutastisch und R0KO66, abgegriffed HD und Flutastisch oder Minimi-Checker und Dev-Tastisch? Dort müssen wir einfach die zwei in den Chat eingeben und dann bekommen wir die nächste Frage. Wann wurde Main-Sucht.net veröffentlicht? Die Open Beta ging am 9. September, also die Nummer 1, los. Deine Antwort war richtig. Du hast das dritte Türchen geöffnet. Als Belohnung erhältst du... was? 1.8546030753737107e-64 Coins. Ist das gerade ein Bug oder wollen die mich hier komplett verarschen? Naja, aber ich denke, ich habe wieder 5000 Coins dazubekommen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Bug. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Aktiviert die Glocke, nachdem ihr kostenlos abonniert habt. Dann verpasst ihr kein Türchen mehr und die Lösung dazu. Und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haus rein, freundlich, ciao, Leute.